Nach Abschluss der Tests der mechanischen Systeme, des Antriebs und des Navigationssystems im Beringmeer fahren Sie unter dem Eis ins Abschlussgebiet weiter und führen einen Abschluss durch. Operation Polarkreis ist keine Übung wie andere Tests. Was kann die Amerikaner davon abhalten Moskau und Leningrad zu zerstören? Das vermag nur eins. Die sichere Gewissheit. Ja, Selbstzerstörung durch einen Gegenschlag. K19 bringt diese Gewissheit. 300 Meter ist die Belastbarkeitsgrenze. Ich weiß. Tanks anblasen! Wir wissen nur, dass K19 den Funkkontakt abgebrochen hat. An Comano-Zentrale, Raketenkontrolle gefechtsbereit. Rakete Nummer 3 wird für Abschluss vorbereitet. Nummer 3 abfeuern. Wie schlimm ist das? Das Leck ist im isolierten Bereich. Da kommen wir nicht hinein. Geben Sie das Boot auf. Schicken Sie die Männer von Bord. Durch das Luftablassrohr könnten wir Kühlwasser tief genug in den Kern einleiten. Wir fahren nach Hause. Bei 5 Knoten pro Stunde dauert das Tage. Wir werden zum Totenchef. Kühlsmotoren langsam voraus. Steuerbord 30, Kurs 040. Ich werde nicht wieder unter Deck gehen. Ich werde nicht unter Deck gehen. Andrei! Andrei nicht! Lösen Sie das Problem! Jawohl, Genosse Kapitän!